Oha, Nelly, schau mal, hier vorne ist einfach ein ganz winziger Chunk. Hm, wie ist der denn bitte sehr hierher gekommen? Simlaki, schau mal, da unten ist sogar so eine Höhle. Oha, stimmt, Nelly. Ey, ich frage mich echt, was dich dort befindet. Meinst du, wir können dort uns vielleicht rein teleportieren? Hm, wie soll das denn gehen? Aber das sieht voll cool aus. Ich frage mich, was das für eine Welt ist. Ich auch, Nelly, Freunde. Ich würde sagen, lasst mal jetzt innerhalb der nächsten drei Sekunden abo den Like da und dann werden wir uns dort rein teleportieren. Auf 3, 2, 1 und 0. Danke, Freunde. Okay, Nelly, schau mal, ich habe hier eine Enderperle und die können wir da jetzt reinwerfen. Dann mal schauen, was dort drin ist. Bin sowas von gespannt. Oh ja, ich bin bereit, komm schon. Okay, und let's go. Wow, Leute, wir sind jetzt... Äh, warte mal, Nelly, wo sind wir jetzt hin? Hm, was, ich glaube, wir sind hier beim Custom Chunk, oder nicht? Äh, Nelly, wie sieht es hier aus? Warum ist hier ein Eisengullab? Ey, das sah gerade eben von oben noch gar nicht so aus. Hey, jetzt ist hier einfach alles detailliert. Und, äh, Nelly, es geht extrem weit nach unten. Ich kann nicht immer die Außenwelt sehen, weil wir so klein geworden sind. Hm, ich bin lucky, ich habe voll Angst. Wollen wir nicht lieber einmal kurz rausgehen? Ey, Nelly, ich glaube, wir sind in einer komplett anderen Welt auf einmal gespottet. Was ist das überhaupt hier? Ey, warte, weißt du was? Wir bauen mal hier ein bisschen Holz ab. Und ich will mal was testen, Nelly. Mal schauen, ob das wirklich die Welt ist, die wir gerade dort gesehen haben. Und zwar bauen wir jetzt hier was hin und gucken, ob das von außen genauso aussieht. Immerhin haben wir noch zwei Enderperlen. Und mit denen können wir uns gleich nochmal raus und rein teleportieren. Aber, ich würde sagen, eigentlich habe ich Lust, bis ganz nach unten zu kommen. Denn, du hast ja gesehen, da gibt es eine Höhle. Hm, ja, okay, Simlucky, das machen wir. Aber lass uns einmal nochmal ganz kurz raus teleportieren. Okay, Leute, ich bin mal gespannt, wie das jetzt... Ey, wenn das klappt, Leute. Ich zeige euch gleich, was ich vorhabe. Und zack, boom. Und, wow, Leute, wir haben uns wieder raus teleportiert. Und warte mal. Hä, Nelly, schau mal, was da passiert ist mit dem Chunk. Hm, ich sehe es. Guck mal, da vorne ist einfach jetzt das, was wir gebaut haben. Okay, wir wissen also, es ist wirklich eine richtige Welt. Und jetzt sieht das Ganze richtig witzig aus. Aber gerade eben sah das doch richtig riesig aus. Hm, das ist irgendwie komplett verwirrend. Egal, lass uns nochmal rein. Ich will wissen, was ganz unten beim Chunk ist. Okay, Nelly, das will ich auch wissen. Also, wir teleportieren uns wieder rein. Auf 3, 2, 1 und 0. Let's go, wow. Wow, und, wow, Leute, wir sind jetzt wieder in der Welt drin. Und, äh, Nelly, warte mal, wir haben keine Enderpelle mehr. Äh, das heißt, wir kommen hier gar nicht mehr raus im Lacken. Was machen wir denn jetzt? Oh, nein, Nelly, das ist gar nicht gut. Wir müssen hier rauskommen. Was machen wir denn? Ey, ich glaube, wir müssen das Ganze nach unten bauen. Denn ich habe gesehen, schau mal, Nelly, da geht es wirklich richtig weit nach unten. Und da sind ganz, ganz viele, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Level. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, wir gucken erst mal in diese Häuser rein. Was gibt es denn hier so? Wow, Leute, okay. Zack, nee, das brauchen wir. Oh, Eisen, ganz, ganz viel Eisen. Okay, das ist okay. Das ist okay, Nelly, zack, sogar recht viel Essen. Und da vorne ist noch ein Haus. Hm, hier ist sogar so ein Eisengolem. Lass ihn mal killen, dann kriegen wir sein Eisen. Okay, das ist gar nicht so eine schlechte Idee. Ich esse ein Bett, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Nelly, farm dir mal ein bisschen Holz, dann kannst du dir ein Schwert machen. Ey, Nelly, hitt den nicht einfach so an. Hm, was meinst du? Ich kann Eisengolem easy besiegen. Warte, ich zeige dir, wie man das macht. Nelly, was hast du vor? Äh, du hier schon klar, dass der richtig viel Damage macht. Hm, nein, guck, ich weiß, wie man den besiegt. Komm her, Mann, pam, pam. Äh, warum attackiert der dich nicht, Nelly? Ja, ich bin ein Mädchen, deswegen attackiert der mich nicht. Äh, Nelly, das liegt nicht daran. Warte mal, ey, ist das echt so? Nee, der verkennt mich auch nicht. Ey, Nelly, was redest du da? Hm, keine Ahnung, irgendwie. Ich glaube, dieser kleine Chuck ist ein bisschen verbuggt. Oh ja, kann wirklich sein, Nelly. Aber normalerweise hittet man einen Eisenbullar nicht einfach so an. Man muss sich erst mal hochbauen. Und dann kann man ihn mit einem Schwert besiegen, Leute. Wir machen uns hier kurz unsere Tools. Und jetzt gönnen wir uns einfach mal ein Schwert. Okay, so, Leute, wir gönnen uns jetzt hier ein Eisenschwert. Plus, ich glaube, wir gönnen uns mal hier einfach ein Eisenspitzack. Und, Nelly, wie lange hittest du denn bitte sehr schon? Hm, ey, warum dauert das so lange? Oh nein, Nelly, wir müssen aufpassen. Es wird gleich dunkel. Ey, weißt du was? Ich helfe dir einfach. Bam, bam. Kommt her, Mann. Komm her, mal Eisen, Kuhl. Ja, danke für das Eisen. Hey, so blattet das von meins. Okay, Nelly, weißt du was? Du kannst es haben. Hier, gönn dir dein Eisen. Hier sogar noch mehr. Und, lol, hier sind ganz, ganz viele Kühe. Warte mal, die gönnen wir uns auch mal ganz eben schnell. Denn wir brauchen Essen. Ich weiß nicht, was unten uns dort erwartet, Leute. Das ist ein Custom-Kleider-Chunk. Ey, das ist halt so komisch, ne? Was auch immer das hier vorne ist. Hm, ey, wir werden es hundertprozentig schaffen. Da bin ich mir sicher. Ey, hier ist sogar noch ganz, ganz viel Heuer. Das nehmen wir uns sofort mit. Okay, Nelly, wir haben jetzt richtig viele Sachen gefarmt. Wie zum Beispiel hier ganz viel Stroh. Damit können wir uns ganz viele Bröte gleich machen. Bröte meine ich natürlich. Und jetzt bauen wir uns mal runter, Nelly, weil ich glaube, da sind ein paar Höhlen. Hm, ja, das haben wir ja gesehen von außen. Da sind bestimmt Höhlen. Lass uns einfach runterbauen. Wow! Äh, oh, Nelly, wir sind runtergefallen. Oh, da ist ein Spawner. Oh, nein, erledigen. Schnell, Bohnen, schnell ab, Bohnen, schnell ab. Was spawnt da vorne? Hm, das spawnt bestimmt ein gutes Zeug. Komm, lass die nicht abbauen. Die sind friedlich. Leute, irgendwie spawnt da gar nichts. Weiß auch nicht, wieso. Hm, so, Nelly, ich kann ganz direkt deine Hilfe gebrauchen. Bitte! Hey, was? Nelly, was geht denn bei dir ab? Oh, nein, oh, nein. Ich werde dir helfen. Warum sind alle Zombies bei dir? Oh, nein, ey, du hast ein Schild. Das ist schon mal richtig gut. Du musst die kleinen Zombies erledigen. Warum sind hier so viele kleine? Alter, Nelly, du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube eigentlich, okay? Bam, ich werde dir helfen. Zack, komm schon. Wir erledigen die alle. Ey, let's go, let's go, Nelly. Junge, Junge, das sind zu viele, Nelly. Du musst auffassen, du musst auffassen. Alter, ich glaube, du hast noch ganz viel HP. Block einfach alles ab. Block einfach alles ab. Ich werde die alle erledigen. Komm schon. Let's go. Ich gönne mir diese Zombies. Zack, let's go. Wir werden es schaffen. Warum ist es schon hier so schwierig, Simlucky? Wir müssen unten helfen. Nein, Nelly. Alter, Nelly ist da hinten gefangen. Ich werde dich retten. Ich werde dich retten. Komm schon. Und bam. Bam. Zack. Easy peasy. Lasst mal jetzt von Nelly endlich in Ruhe. Leute, die sind echt stark. Okay, die sind gar nicht mehr so schlecht, Leute. Das sage ich ganz ehrlich. Aber ich werde die alle kriegen. Oh, die letzten Zombies. Komm schon, die erledigen wir. Und bam. Simlucky, du bist mein Retter. Du bist der Beste. Ja, Nelly, ich weiß. Und schau mal, hier ist ganz, ganz viel Eisen. Ey, das können wir uns alles sofort gönnen. Gönn dir auch die Fackeln mit. Und hier ist direkt Kohle. Das heißt, lass uns mal sofort Eisenrüstung machen. Okay, das ist komplett wichtig. Es waren gerade so viele Zombies. Und bevor wir es vergessen, Nelly, mach mal ganz schnell die Spawner hier weg, okay? Sonst spawnen die gleich noch mehr Zombies. Hm, warum sind die eigentlich alle bei mir gespawnt? Ich weiß auch nicht, Nelly. Aber ich habe dir ja geholfen. Okay, wir gönnen uns jetzt das ganze Eisen. Machen uns krassen Loot. Dann gehen wir eine Stufe runter. Ich glaube, hier geht es richtig tief runter. Ich kann es... Aber wie kommen wir hier eigentlich raus? Wir müssen irgendeinen Weg wegfinden. Oh ja, Nelly, ich weiß. Aber wir werden es schaffen. Irgendwas wird uns unten erwarten, womit wir zurückkommen zu Semmo-Cris-City. Da bin ich mir ganz sicher, Leute. Okay, Leute. Bisschen Zeit ist vergangen. Wir haben das ganze Eisen hier abgefasst. Und es ist volle Eisenrüstung gemacht. Nelly, du weißt, was das heißt. Wir können jetzt eine Stufe runter. Hm, Simlucky, diesmal gehst du vor. Ich habe echt Angst. Okay, ich gehe fort. Wow, wo sind wir denn jetzt reingefallen? Hä? Schau mal, wie cool es hier aussieht. Yo. Hier sind einfach ganz, ganz viele Achsenlotel. Wie nice sind die denn bitte sehr aus? Hm, ja, ich ist voll schön. Oh, guck mal, ganz viel Amethyst. Mein Lieblingsherz. Okay, als ob das jemand gewusst hätte, dass du Amethysten magst. Leute, ganz, ganz viele. Die fahre ich auch sofort ab. Hm, ey, Simlucky, die gehören alle mir. Jetzt geh mal weg hier. Oh, okay, Nelly, warte. Ich droppe die wieder. Ja, tut mir leid. Hm, Amethysten gehören nur mir, okay. Das ist nichts für Jungs, Junge. Das brauche alles ich. Okay, Nelly, wenn du nicht teilen willst, ja, dann behalte es ruhig. Junge, ich brauche auch keine Amethysten, Leute. Die bringen eigentlich eigentlich absolut gar nichts. Aber, Leute, was ist das hier bitte sehr? Oh, hier ist eine Mine. Sind hier auch Kissen? Oh, das ist eine Kiste, Leute. Was ist da drin? Warte mal, wir schauen mal. Okay, Nelly, weißt du was? Dann teile ich das jetzt auch nicht mit dir. Hm, warte mal, was hast du denn bekommen? Ey, warte, jetzt gib doch mal was ab. Äh, nee, Nelly, mache ich nicht. Haha, guck mal, ich habe richtig viele Pfeile. Oh, kann das sein, dass wir ganz am Ende zum Ender machen müssen und den dann besiegen müssen? Ey, das wird ultra spannend, Leute. Ich hoffe, wir schaffen das. Und genau deswegen, Leute, schnappe ich mir mal hier eben ein paar Spinnnetze. Und damit kann ich mir gleich einen Bogen machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und jetzt bauen wir uns immer weiter runter, Leute. Let's go. Ich glaube, unten, jetzt im nächsten Level erwartet uns bestimmt wieder was richtig Schwieriges. Okay, wir bauen uns weiter runter. Was wird uns erwarten, Leute? Ich bin gespannt. Oh, Nelly. Hier ist einfach ein Wasserbiom. Hm, zum Lucky, bist du sicher? Ich kriege auch keinen Lug mehr. Okay, äh, Nelly, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Was ist das hier vorne? Oh, ich habe eine Idee. Ey, hier ist eine Tür. Du kannst dich hier reinstellen. Dann kriegst du kein, ähm, ähm, ja, dann hast du wieder volles, äh, volle Atmung. Okay, warte mal, was ist das? Okay, hier ist, Leute, was ist das? Äh, Nelly, weißt du was? Hier war gar nichts drin. Hm, was meinst du in der Kiste? War da was Cooles drin? Ähm, nee, nee, da war, da war absolut gar nichts drin. Leute, was war das? Junge, was sind das für OP-Sachen? Yo! Hast du gesagt, zum Lucky? Äh, ach, gar nichts, Nelly. Warte mal, ich busse hier einmal kurz durch, ne? Zack, bam. Ich brauche den ganzen Sauerstoff. Hey, wie hast du mich so schnell weggeboostet? Junge, das Ding hier, das hat einfach Knockback 255. Wie krass ist das bitte sehr? Aber jetzt müssen wir hier irgendwie runterkommen. Aber ich frage mich gerade nur, wie? Leute, wir müssen uns irgendwas jetzt einfallen lassen. Ich habe eine Idee. Zack, Nelly, warte mal, warte mal. Mir fällt schnell was ein. Ich gönne mir ganz viele Türen. So, perfekt. Geh jetzt hier runter, Leute. Wir haben einen richtig krassen Trident bekommen. Okay, der ist komplett verzaubert. Und jetzt können wir uns hier runterbauen. Let's go. Komm schon, Nelly. Und ich platziere hier auch eine Tür für dich. Dann bist du auch sicher. Hm, danke, Sam Lucky. Voll nett, danke. Ich komme jetzt auch zu dir. Okay, perfekt, Nelly. Ich baue mich jetzt hier runter. Und das geht jetzt auch richtig schnell. Weil wir, ähm, so eine kleine Luftblase haben. Und jetzt müssen wir uns weiter runterbauen, Leute. Komm schon. Ey, da muss vielleicht doch irgendwas anderes krasses sein. Freunde, ich bin sowas so gespannt, was da uns gleich erwarten wird. Und das bauen wir jetzt alles ab. Komm, ich muss doch noch ein bisschen schneller gehen, bitte. Let's go. Wir sind unten, Nelly. Komm nach. Nelly, wo bist du? Hm, Sam Lucky. Keine Luft mehr. Ich muss schnell nachkommen. Bitte, hilf mir. Nelly. Junge, komm doch einfach hoch. Was machst du da oben? Junge, wo bist du überhaupt, Nelly? Ey, Leute, wo ist die hin? Nelly, hallo? Hm, Spaß. Ich bin schon längst unten, Sam Lucky. Was? Du hast mich einfach geprankt, Nelly. Wie ehrenlos bist du denn? Hm, ich habe die ganze Zeit hier auf dich gewartet, Sam Lucky. Okay, Nelly. Das glaube ich auch. Ich habe mich hier erste Runde gebaut. Egal, Leute. Wir schauen mal, was uns jetzt hier erwartet. Hm, Sam Lucky, sag doch. Ich bin immer vor dir. Hä, wie bist du da jetzt hingekommen, Nelly? Okay, richtig krass, sag ich ehrlich. Das ist so ein Wüstenbiom hier. Jo, wir haben hier richtig viele verschiedene... Aber Nelly, bloß nicht einen lilaen Block abbauen. Hm, warte mal. Mein Lieblingsfarbe ist lila. Ich will ihn unbedingt abbauen. Hey, Nelly, pass auf. Nee, mach das nicht. Da unten ist eine... Da ist eine Falle. Okay, und wenn du einen lilaen Block abbaust, dann fällst du runter. Hm, ja, das wird niemals eine Falle sein. Leute, schreibt jetzt alle in die Kommentare. Einen 1, wenn da eine Falle ist. Und eine 2, wenn da keine Falle ist. Dann glaubt es Nelly vielleicht. Hm, da ist niemals eine Falle. Schreibt alle in die Kommentare. Oh nein, Leute. Alle 1 in die Kommentare. Nelly, den Block niemals abbauen. Oh doch, mach ich jetzt zum Lucky. Nein, 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 Nelly. Warte mal, warum schreibt jeder eine 1 in die Kommentare? Hast du etwa doch recht? Oh ja, Nelly, ich hab recht. Und jetzt geh hier weg, Junge. Weißt du was? Ich nehm dich einfach mit, okay? Du bist eine Gefahr. Du bist eine Gefahr für die Menschheit, Nelly. Komm mal. Ah ja, wenn du da reingehst, Nelly, dann gibt's richtig Stress, okay? Hm, zum Lucky bedroh mich doch jetzt einfach nicht. Mich schlägt man nicht, okay? Ja, Nelly, aber wenn du da reingehst, dann explodierst du noch alles. Guck mal, ich zeig dir, das mach mal. Fällt einfach hier runter. Und so, zack, wir bauen die Druckplatte ab. Okay, alles gut, Nelly. Ich hab alles gesichert. Jetzt kannst du hier auch runterkommen. Was ist hier drin? Yo, ein Diamant, Leute. Ganz viel Gold und TNT. Let's go. Wow. Okay, wir nehmen uns noch ganz ganz Gunpowder. Nelly, davon geb ich hier auch gleich was ab. Aber ist vielleicht noch ein bisschen mehr? Nee, schade. Hier war irgendwie kein besserer Loot, Leute. Aber einfach einen Diamanten bekommen. Let's go. Nelly, ich würde sagen, wir können uns sogar einfach weiter runterbauen. Und dann finden wir doch bestimmt noch krasseren Loot. Oh, ja, hier ist ganz viel TNT. Nelly, wo sind wir runtergefallen? Hier ist es netter, oder was? Oh, ja, das sieht wirklich aus. Ey, was schießt mich hier ab? Oh, da sind ganz ganz viele Blazes. Nelly, pass auf, pass auf, pass auf, Nelly. Block alles ab, schnell, schnell, schnell. Ich werde es schaffen, Simlaki. Komm schon. Oh, ja, wir schaffen das zusammen. Kill die alle. Let's go. Boom. Wir haben den ersten und den nächsten gönne ich mir auch noch. Bats, Bats, fress das, Junge. Oh, nein, wir müssen richtig aufpassen, dass wir in den Lava fallen. Okay, hier sind Blazes, Leute. Weil es sieht wirklich so aus, als ob wir gleich zum Ender-Portal kommen. Das wird am schwierigsten. Okay, die nächste Blaze ist auch erledigt. Wir müssen anscheinend ganz, ganz viele farmen. Nelly, beeil dich. Pass auf, nicht, dass du drauf gehst. Hier ganz, ganz viel essen. Und gönnt ihr noch den Goldapfel zur Not. Und jetzt müssen wir einfach nur noch die ganzen Blazes wegfarmen. Und weißt du was? Nelly, das habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Das ist ein richtig krasser Trident, okay? Den kannst du dir gönnen. Und der ist Ultra-OP. Guck mal, damit killen wir die Blazes schon viel, viel schneller. Boom. Fress das, Junge. Ihr könnt uns nicht kriegen. Butts, let's go. Haha. Wir haben keine Chance. Aber hast du mir Trident nicht früher gegeben? Äh, sorry, Nelly. Habe ich irgendwie auch wirklich vergessen. Oh, die können wir einfach so werfen, Leute. Und dann kommt er immer zurück. Hey, wie nice ist das denn? Yo. Das ist einfach fast angebrannt, Leute. Okay, wir gehen jetzt hier sofort weiter. Aber ich glaube, hier könnte vielleicht noch ein bisschen Loot sein. Oh, hier ist Loot. Let's go. Jetzt gönne ich mir sofort. Was ist das denn, Leute? Gold? Okay, nee, brauche ich eigentlich gar nicht. Oh, ganz, ganz viel Gold und wieder Pfeile. Okay, jetzt gönnen. Never right, Leute. Richtig OP. Okay, okay. Nelly, wir haben ultra krassen Loot bekommen. Hm, ich will hier rein in dieses Portal. Oh, nein, Nelly. Da müssen wir nicht rein. Wir müssen es jetzt weiter runter bauen. Let's go, Nelly. Boom, 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 boom. Ey, ich bin so gespannt, was uns unten erwartet. Was ist das? Musikblock? Oh, Nelly, ich bin runtergefallen. Pass auf, okay. Hier ist ziemlich tief. Hm, ey, super tief. Es hat von wem aus mir gesagt, dass es tief ist. Hä? Das habe ich gerade gesagt, Nelly. Du hast Kopf. Egal. Schau mal, was es jetzt hier ist. Leute, was ist das? Hä? Leute, warum ist da eine Kiste? Versteckt sich da irgendwas vielleicht? Nee, da war einfach so eine Kiste. Nelly, was ist das hier? Das ist mein Paradies. Ganz viel Kuchen. Ich liebe es zu backen. Es ist bestimmt hier irgendein richtig cooler Typ, der backen kann. Äh, warte mal. War es, Nelly? Das war ich, Nelly. Ich habe dieses alles gebacken. Hm, Simlaki, du lügst. Okay, ja, das stimmt. Ich habe wirklich gelogen. Aber wow, guck mal. Hier ist ganz viel Kuchen. Jo, guck mal. Das ist einfach so ein Candy-Paradies. Alter, das ist ultra cool. Jo, wie viel Kuchen ist hier bitte sehr? Hm, ein bisschen zu viel Kuchen, Simlaki. Hey, was soll das? Warum schießt du mich ab, Junge? Fress das, Nelly. Nun hast du mich getroffen. Das ist ja voll gutes Aim. Oh ja, du hast gar kein Aim, Nelly. Okay, warte mal. Hier ist es so. Okay, hier ist es sogar eine Zuckerstange. Egal, Nelly. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht. Fress dich doch schnell voll, Nelly, damit du gute und gestärkt ins nächste Level kannst. Hm, ich esse nicht so viel Kuchen. Ich muss auf meine Form achten. Okay, Nelly. Was auch immer. Egal, ich baue mich jetzt hier weiter runter, Leute. Hoffentlich. Oh, oh. Wir sind wieder runtergefallen. Alter, aufpassen. Aufpassen. Was ist das denn? Ist das ein Dschungel jetzt? Oh, hier ist ein Dschungeltempel. Simlaki, weißt du was? Ich gehe in den Dschungeltempel rein. Ich werde ja alles erkunden. Nee, ich habe es mir doch anders überlegt. Ich gehe sofort wieder zurück. Äh, warte mal, Nelly. So schnell hast du es dir anders überlegt? Naja, das ist doch echt gruselig. Ich werde da keinen einzigen Fuß reinsetzen. Weißt du was? Wir können es wieder runterbauen. Wenn du da reingehst, wäre ich richtig sauer. Hä, Nelly, wieso? Ich habe Angst davor. Okay, aber da kannst du jetzt gerne draußen warten und ich gehe da rein. Hm, nein, Nelly. Ich will aber nicht, dass du da alleine reingehst. Machst du dir etwas Sorgen um mich? Hm, nee, mache ich gar nicht. Im Simlaki, du kannst doch gerne reingehen. Okay, das geht jetzt aber schnell. Leute, okay, was gibt es hier oben alles? Wir erkunden das mal hier ein bisschen, Freunde. Mhm, Dschungeltempel, wir müssen nicht aufpassen. Vor allem, was sind das für Hebel? Wir drücken alle. Okay, ist anscheinend nichts Böses passiert. Da gehen wir einfach weiter, Leute. Okay, wir... Oh, ist eine Falle. Auffassen, auffassen. Okay, zack, bauen das ab. Okay, ey, hört mich das... Nelly, warst etwa du das? Nee, ich gehe es gar nicht, Nelly. Nelly, was redest du? Nelly, ich sehe dich. Du bist genau da oben. Bam, fress das. Ey, so, zack, da ist der Trident wieder da. Leute, wir müssen hier echt aufpassen vor den ganzen Fallen. Und Nelly, hör auf, mich abzuschießen. Wir machen die Reston-Leitung hier kaputt. Perfekt. Und was hier... Oh, ganz viele Pfeile sind hier drin. Die können wir gut gebrauchen. Das Leute kannst du gerne haben. Bam, und wir machen jetzt hier wieder alles kaputt. Ey, kannst du bitte aufhören, mich abzuknallen? Weißt du was? Das kriegst du jetzt zurück, Nelly. Bam. Hi, hör auf, damit sind wir hier auch. Ich habe zu viel Angst. Okay, die Jünger hat sich ganz hinter mir versteckt. Okay, was ist hier? Oh, wieder ganz, ganz viele Pfeile, Leute. OP. Und eine Kiste ist da... Okay, ein Feuerzeug. Können wir vielleicht mal mit dem Feuer nehmen? Vielleicht brauchen wir das ja noch für später irgendwann. Leute, das Bett könnte gleich auch für das Nether. Für das Enderportal brauchen wir. Den kennt ihr den Trick, das kann man einfach im Enderportal explodieren. Und dann macht das richtig viel Damage dem Ender-Drach. Und jetzt lass uns hier schnell wieder raus, Nelly. Obwohl, ich habe eine bessere Idee. Wir bauen uns einfach sofort wieder runter. Oh, ja. Ja, das war auch meine Idee. Wow, wo sind wir echt gefallen? Nelly, wir sind im anderen Universum. Hm, nein, Simlaki, wir sind hier einfach in einem anderen Level. Okay, stimmt, du hast recht. Wir sind hier in einem anderen Universum gereist. Hier ist einfach die Erde. Guck mal, hier ist die Erde. Und was ist das hier vorne? Ist das der Mars? Okay, krass, Nelly. Guck mal hier vorne. Ey, wo ist hier die Sonne? Wo ist die Sonne, Leute? Es gibt keine Sonne. Das ist der Mond. Und hier... Was ist das denn bitte, Sär? Das ist einfach so ein Alien-Ufo-Schiff. Und das ist, glaube ich, die Merkur. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Planet ist. Das kannst du nicht ganz richtig sehen. Oh, was ist das denn? Okay, Leute. Weißt du was, Nelly? Hier war gar nichts drin. Wir können sofort wieder weitergehen. Hm, war da irgendwas Gutes drin? Dann will ich das gerne haben. Hä, warum du? Nee, da war gar nichts drin. Nelly, alles gut. Wir bauen uns wieder runter. Hm, okay, dann glaube ich dir mal. Hat die nicht gesehen, dass ich irgendwelche Diamantenstiefel habe? Leute, das hat einfach Federfall 10. Oh, das hat gar kein Damage jetzt gemacht. Hm, Simlaki, kann ich da runter? Wow. Das hat weh getan. Warum ist es mir nicht wieder gesagt, dass wir hier runterfallen? Äh, Nelly, weil ich gar kein Fall-Damage kriege. Haha, ich habe richtig krasse Schuhe. Hey, warum habe ich die nicht? Oh, ja, weil ich cooler bin. Und was gibt es jetzt hier vorne? Oh, eine Musikplatte, Leute. Aha, hm, hm, ja, okay. Kann man die irgendwie abspielen? Oh, die können wieder reintun. Warte mal, Leute. Wir gucken mal, was für ein cooler Song dort ist, okay? Zack, wir schauen mal vorbei und tun das jetzt hier rein. Zack, okay, was spielt das ab, Leute? Oh, it's, hm. Leute, was ist das für ein Song? Boah, der hintet ja mies anders. Boah, das ist besser als Burger Pommes. Das ist besser als bei Distriking. Ich war's jetzt richtig gut. Yeah, let's go, der Song ist übelst nice. Yo, Leute, der ist ultra nice, der Song. Boom, 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 boom. Okay, geil, Leute, wir lassen es. Ey, das ist echt gar nicht mehr so cool. Das ist echt gar nicht mehr so schlecht, Leute. Wir machen uns sofort wieder... Junge, Nelly, dance komplett ab. Hm, sie macht hier aus und lass doch noch ein bisschen länger trinken, was ich hier kann und ein bisschen Freestyle. Boom, 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 boom. Haha. Okay, Nelly, vielleicht kannst du so gut tanzen. Egal, wir bauen uns weiter runter, weil irgendwie, ich glaube, hier wartet uns nichts mehr cooles. Also, ich sehe hier zumindest gar nichts mehr Gutes. Deswegen bauen wir uns einfach runter. Hm, ja, ich mache erst mal alles sicher. Ey, Junge, warum machst du das, Nelly? Warum kannst du überall mit Obelstistenblöcken bauen? Hast du so viel Obelstisten oder was bekommen? Egal, wir bauen uns jetzt runter. Und was wird uns da erwarten, bitte, was Gutes? Hä? Was ist das denn? Alter! Junge! Äh, Nelly, das war knapp. Hm, ich habe mich angst, ich habe mir recht jetzt im Lucky. Oh, ja. Ey, wie hast du das gemacht, Nelly? Nelly, das war ultra gut. Oh, jetzt sind Diamanten. Alter, bauen die alle ab. Bauen die sofort alle ab. Wir farmen die jetzt. Ich glaube, gleich geht es runter zum Enderportal. Wir müssen hier jetzt irgendwie wieder in den Komplett. Wir haben gar nicht keine Enderperlen mehr. Wir haben die komplett vergessen. Das ist gar nicht gut. Okay, let's go, Leute. Wir bauen uns jetzt wieder ein bisschen weiter runter. Und dann geht es weiter. Warte mal, hier ist eine Kiste. Block auf. Äh, was steht da, Leute? Block von Henry? Hä? Nee, checke ich nicht. Egal. Wir haben jetzt die Diamanten abgebaut, können uns weiter runterbauen. Der war einfach ein Diamantenblock. Das ist ultra okay. Okay, dann machen wir uns gleich richtig gute Rüstung. Aber erst mal bauen wir uns hier runter. Und jo, wo sind wir reingefallen, Leute? Hm, das ist irgendwie eine Zusammenfassung von allen Räumen, die wir bisher hatten. Stimmt. Ey, warte mal, warte mal. Das ist die Pyramide. Wow, guck mal, das ist die Pyramide gewesen. Wie cool. Hm, oh, oh, du hast recht. Guck mal. Und guck mal zu mir. Das ist der beste Raum gewesen. Oh ja, das war die Amethyst-Höhle. Und hier war dieses Candy-Ding. Und warte mal, was ist das hier, Leute? Das war der Dschungel. Oh ja, und das war dieses Wurther-Ding hier vorne. Das war ganz oben. Das war immer alles nach der Reihenfolge, oder? Hm, nee, nicht nach der Reihenfolge. Wo ist die Unterwasserwelt? Die Unterwasserwelt wurde irgendwie weggelassen. Hm, ja, ich glaube, man kann sich halt Aquarium bauen oder so. Und da ist die Playbutton. Okay, was verbiegt sich hier in diesem Haus? Leute, wir gucken mal hier rein. Geh mal aus dem Weg, ey. Was? Wow, hier sind zwei Lüten drin, Nelly. Okay, eine gehört mir, eine kannst du dir auch natürlich schnappen. Und was macht das Schwein hier? Oin, oin, oin. Das Schwein, das, ähm, kann ich auch, was ist hier gemacht? Ich hab auch keine. Ey, Nelly, hör mal auf, die ganzen Not zu klauen. Oh, gib mir das auch mal gleich wieder. Ey, ich will jetzt auch schauen. Gib mir das mal gleich. Ich will gucken, was das ist, Nelly. Aber davor muss ich mir einen ganzen blöden Loot-Deck machen. Hier ist voll der krasse, äh... Oh, danke, Nelly. Warte mal, was ist das? Superbogen? Power 10? Was? Okay, Leute, warte mal. Wir schnappen uns erstmal alle Raketen. So, zack. Wir tun hier den ganzen Mist rein, Leute, den wir auf jeden Fall nicht brauchen. Nicht brauchen tun werden. So, warte mal. Zack, wir machen das alles rein. Okay, Nelly, sag mal, was wir hier noch haben. Mhm, mhm, mhm. Junge, du nimmst mir alles als erstes weg. Oh, was ist das denn? Hä? Die ist voll schlecht. Die hat jetzt ein Knockback drauf. Kannst du gerne haben, Nelly. Ne, brauche ich nicht. Okay, warte. Yo, was ist das denn, Nelly? Alter, hier. Äh, super, super schlechte Items. Super langsame Items, Leute. Junge, die brauche ich auf keinen Fall. Warum haben wir die hier? Ey, lass uns einfach runtergehen. Ich glaube, hier erwarten uns nichts Krasses mehr. Aber ich habe einen ultra krassen Bogen am Start, okay? Damit werde ich den Enderlachen komplett hops nehmen. Und hoffentlich kommen wir jetzt in Stronghold oder so. Oh, ich glaube, wir kommen wirklich in Stronghold. Let's go! Oh, nein, nein, ich bin in Lava gefallen. Ich bin in Lava gefallen. Aufpassen, Nelly, aufpassen. Ja, alles gut. Wie bin ich reingefallen? Okay, weißt du was? Guck mal, wir haben in Nitra. Du kannst einfach drüber fliegen. Oh, jetzt musst du aber richtig aufpassen. Nein, nein, nein. Leute, ich muss Goldapfel, glaube ich, essen. Ich glaube, ich muss Goldapfel essen. Hä? Junge, wann höre ich irgendwie an? Wann höre ich endlich auf zu brennen? Wann brenne ich so lang? Okay, endlich, Nelly, let's go. Wir haben aufgehört zu brennen. Wir machen die ganzen Silberfisch-Spawner hier weg. Nelly, aufpassen, weil die sind hier ganz, ganz gefährlich. Jetzt lass uns mal eine Kiste suchen, damit wir hier Enderperlen kriegen. Ja, ganz, ganz viele Enderaugen müssen wir jetzt hier bekommen. Let's go! Okay, guck mal, hier sind sogar ganz, ganz viele von diesen Sternen. Oh, hier ist eine Kiste. Ich hoffe, da sind alle Enderaugen drin, ne? Okay, Leute, wir gucken da rein. Oh, tja, was ist da drin? Nelly, zwölf Enderaugen. Das passt perfekt. Ey, warte mal, warte mal. Guck mal, Nelly, wir können uns theoretisch... Mach du uns mal ein bisschen Diamantenrüstung, wenn du willst. Kannst du ein bisschen Diamantenrüstung machen, aber ich brauche das sowieso eigentlich nicht. Obwohl, Leute, wir gucken mal, was denn in diesen anderen Chests hier noch drin sind. Oh, hier sind... Alter, wie viele sind hier? Wir können richtig krass entchanten. Boah, wir können ultra dick entchanten. Was ist hier noch? Oh, das ist noch eine Kiste. Da ist bestimmt wieder ein richtig krasser Loot drin. Ein Amboss! Boah, warte mal. Sharpness, Protection. Leute, okay, warte, Nelly, Nelly, benutze Diamanten. Gib mir die mal wieder, denn ich weiß, was ich jetzt machen werde. Efficiency. Dann können wir eine richtig krasse OP-Spitzhacke machen. Wir haben hier richtig viel Level. Alter, das ist so OP-Freude. Was sind das hier bitte sehr viele krasse Kisten? Oh, da vorne ist noch eine Kiste, oder? Haben wir die schon geöffnet? Ich weiß nicht, Leute. Und Enderperle. Okay, können wir immer gut gebrauchen, Leute. Aber gib mir mal wieder meine Diamanten. Dann mache ich uns das richtig krass zu rüsten, Leute. Ja, hier sind wir Lucky. Guck mal, kannst du die Chestplate machen? Okay, danke, Nelly. Warte mal, mache ich das auch sofort. Zack, wir gönnen uns unser ganzes Holz. Machen uns jetzt eine Crafting Bench. Und gönnen uns jetzt hier die Brustplatte, welche wir gleich im Nachhinein verzaubern können, Freunde. Denn schaut mal, wir platzieren hier jetzt einen Amboss. Nehmen uns jetzt, warte mal, was nehmen wir uns? Protection, ganz genau. Und jetzt können wir das mit unserer Chestplate kombinieren. Und somit haben wir jetzt hier einfach eine richtig krasse Schutzplatte. Oh yeah, Leute. Guck mal, Nelly, kannst du mal die schlechte haben. Dann Spaß. Warte mal, ähm, au, ich habe noch eine richtig gute Idee, was wir craften. Hm, Zimmer, gib mir auch was ab. Ey, Nelly, ich bin Profi, okay? Du bist ein Noob, okay? Deswegen brauche ich die krassen Sachen. Nee, Spaß, Nelly. Guck mal, oh, wir können uns ein Netherite-Schwert machen. Nee, das funktioniert anders, Leute. Das funktioniert gar nicht mal so. Aber wir haben hier keinen Aufwerter, leider. Okay, wir schnappen uns noch das Diamantenschwert. Und wir schnappen da jetzt Scharpen ist drauf. Also schärfen, Leute. Das ist viel, viel krasser. Das ist so eine Efficiency. Warte mal, guck mal, Nelly, ich bin nicht so böse, okay? Du kannst einfach die richtig krasse Spitzhacke haben. Gönn dir. Hm, danke, Simlucky. Oh ja, wir wollen ja ein bisschen teilen, Leute. Oh, ich habe diesen krassen Bogen hier. Und, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt... Oh, danke für die Amitisten. Hm, Nelly, du hast kein Geschenk zurück. Okay, danke, Nelly. Wir gönnen uns jetzt hier diese ganzen Enderaugen. Und jetzt gehen wir ab rein ins Enderportal, Leute. Let's go. Boom. Und zack, rein hier. Let's go, Simlucky. Okay, was erwarten wir uns hier? Oh, nein. Nelly, wir müssen hier richtig auffassen. Wir müssen hier irgendwie wegkommen. Ich habe eine richtig gute Idee. Ja, benutzt einfach deine Elytra, Nelly. Und zack. Boom. Let's go, Leute. Ey, somit können wir bestimmt hier alles zerstören. Alter, Nelly, du hast richtig Gutes, ey. Ja, ich bin ein bisschen Lack. Ich bin halt Profi, weißt du. Besser als du. Ey, Nelly, bist du nie im Leben besser als ich. Egal, so. Warte mal, Leute. Wir landen hier mal ganz kurz eben. Und jetzt zack, zerstören wir hier einfach alles. Weil, Nelly, das geht so was von easy. Ich esse meinen Gold, aber für nicht, dass ich hier irgendwie noch draufgehe. Das wäre richtig peinlich. Guck mal, wisst ihr was? Ich versuche es sogar mit meinen Trident zu kriegen. Hä? Ich habe es geschafft, Leute. Das ist ja ultra nice. Okay, hier wieder runter. Ach, der wollte mich einfach wegboosten. Ey, mit der Elytra ist das sowas nice. Guck mal, wie schnell das hier alles geht. Okay, da ist noch einer, Freunde. Aufpassen und boom. Okay, Leute, das hat leider nicht geklappt. Warte mal, wir versuchen es nochmal. Und okay, da müssen wir anscheinend ganz nach oben drauf kommen. So, perfekt. Und jetzt werden wir es auch hier zerstören. Und dann sind wir eigentlich schon fast fertig mit allen Cubes, oder nicht, Nelly? Ja, sind wir. Oh, Mann, Alter, ich muss richtig aufpassen. Ich habe nur zum Glück meine Elytra aktiviert. Leute, wir haben hier einfach noch unsere krassen Pufferfische. Die will ich austesten beim Enderdrachen. Mal schauen, wie weit ich den damit wegschleudern kann. Leute, wir testen mal ganz kurz aus, ob ich... Ich will das jetzt kaputt machen, meine ich natürlich. So, warte mal. Und mit unserem Bogen sollten wir das easy kaputt kriegen. Zack, let's go. Bam. Nelly, alle Cubes sind zerstört. Und jetzt können wir den Enderdrachen attackieren gehen. Let's go, sind wir Lucky. Okay, wir müssen aber aufpassen, denn der ist nicht so schlecht, ne? Und komm mal her, jetzt hier, eine Drache. Ich kick dich und bam, Leute. Boah, wir können ihn richtig gut abwerfen. Schaut mal. Bam. Ey, das ist voll OP. Nelly, guck mal. Ich nehme einfach meinen Trident und jetzt, boom, fress da... Oh, Leute, der ist... Okay, der ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Wo hat der mich hingebußen, Leute? Ich bin einfach komm, der war weggeflogen. Oh, Leute, ich habe eine Idee. Ich schieße ihn ab mit meinem Power-10-Bogen. Das muss auch ultra OP sein. Warte mal, ich habe eine Idee. Und zack, bam. Komm her, Mann. Zack, boom. Wir kriegen den Ender-Drachen. Ich will hier endlich raus. Komm schon. Oh, Mann, ich muss richtig aufpassen. Alter, der macht richtig Fat Damage, ne? Okay, ey, er kommt in die Mitte, er kommt in die Mitte, Nelly. Das ist unsere Chance. Ich habe hier einfach meinen Trident, bam. Damit werfen wir den erst mal ab. Okay, Leute, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Und jetzt, bam. Fress das. Attackieren mit deinem Schwert. Let's go, wir schaffen das. Ey, ich habe sogar hier Schärfe drauf, deswegen ist es noch besser. Bam, bam. Attackieren, attackieren. Alter, der hat nur die Hälfte Leben, Nelly. Wir werden das schaffen. Teamwork. Oh, Leute, ganz, ganz weg leben. Nelly, attackier den doch. Da ist er mir eigentlich fast so mein Bestes. Junge, Nelly, du greifst nicht mal was an. Was machst du? Egal, komm schon, bam. Wir attackieren ihn. Und warte mal, Nelly. Enderman ist lauer auf mich. Alter, wir werden den kriegen. So, wir fliegen jetzt nochmal hoch. Zack. Ich habe eine Idee, wir schießen jetzt mit dem Power 10 Bogen ab. Das muss so OP sein. Let's go, komm schon her, Mann. Der Ender-Drache, wenn ich den einmal treffe. Ich will wissen, wie viel Damage ich damit mache, Leute. Junge, Alter, ich mache richtig Fat Damage. Schaut mal, wie krass. Boom. Ey, damit kriegen wir den Null. Let's go. Leute, der Ender-Drache hat noch ganz wenig KP. Deswegen schießen wir ihn jetzt hier in der Luft ab, Leute. Bam, der kommt in die Mitte. Okay, Leute, wir treffen gerade hier einen Hit. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Der kommt in die Mitte. Und wir haben ihn besiegt, Nelly. Wir haben es geschafft. Let's go. Was macht hier ein Enderman-Mutant? Nelly, aufpassen. Nelly, aufpassen. Der attackiert dich, Nelly. Flieg schnell in die Luft. Ich würde sagen, Leute, falls wir mehr wie zusammen sehen wollen, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Wir gehen jetzt schnell hier in das Ender-Portal rein, damit wir in Sicherheit sind. Nelly, komm schnell nach. Let's go. Wir haben es geschafft. Okay, wir haben es wieder befreit, Leute. Lasst ein Abo und Like. Aktiviert die Glocke. Vergesst das nicht. Und kommt euch gerne mit, wenn ihr wollt. Aber es ist keine Pflicht. Und jetzt, Leute, zurück schnell aufs nächste Video. Ihr seid die Besten. Ciao, ciao. Tschüss, Freunde.